ja hallo und willkommen bei knhd und zu einer weiteren folge von unserem jahr let's play hier von stufe 110 auf 120 in world of warcraft battle for azeroth ja genau und hier dachte ich mir steigen wir in die nächste folge ein weil dieser himmel das sieht schon richtig schön aus hier hinten mit den mit den lichtern also das gefällt mir richtig gut und ja auch hier neben der hütte die bäume ja einfach wunderschön und ich hatte ja gesagt dass ich im nächsten also dass wir hier im prinzip bei dieser quest weitermachen aber auf dem weg darunter habe ich hier noch eine neue quest gesehen also beziehungsweise in quest gäbe und habe mir gedacht da ich ja alle quest machen will machen wir die natürlich mit und ja und deswegen habe ich hier quasi angefangen den streicheln wir super und ja machen die quest noch mit hier zwei sogar ja dafür gibt es wieder artefakt macht euch nicht mit hexen und ja die zwei quests sind hier dann machen wir die doch direkt genau töten ja ausruhe bonus haben wir auch wieder ein bisschen und es gibt sogar noch eine dritte quest dazu das gut dann killen wir die hier nicht nicht umsonst gibt alles ep so hier ist der erste den wir ich habe ja lustige geräusche so was sollen wir hier machen eschen mal verstehe ich gerade nicht hier ist doch gar nichts wer denn einer von uns ach hier ist was zum anklicken okay ah das sah ja schön aus so und jetzt zum nächsten ja auch immer wieder witzig was sie sich für lustige gestalten hier immer so ausdenken die denke ich mir auch immer so wer lässt sich das bitte einfallen so wieder zwei male bekommen hier die müssen wir noch umhauen die geben aber keine erfahrungspunkte so hier wäre auch eine kiste hier wäre auch eine kiste okay ja 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 so ist es hier drin oder was hier liegt der stein rum und dann ist da hinten noch einer mich Das müssen wir wahrscheinlich nicht retten hier? Könnte ich mir vorstellen. Müssen wir die retten? Okay, das ist ja auch nicht nett, oder? Wir helfen dir hier und die kackt uns dafür an, ne? Naja, so sind sie. So sind sie. So, jetzt haben wir hier nochmal ein Erz, was wir abbauen können. Wie gesagt, die Kiste da hinten hätte ich gern, deswegen reiten wir mal dahin. Und ein paar Pilze kriegen wir eh noch hier. Wenn genug rum. So, hier ist auf jeden Fall eine Kiste. So, und hier hoffe ich. Jawohl, damit haben wir die Quest fertig. Das ist sehr cool. Ja, da gibt es noch mal jede Menge Artefakt macht. So, und jetzt brauchen wir hier noch so ein paar Pilze. So, noch einen auf jeden Fall. So, haben wir alles erledigt. Geben wir das Ganze wieder ab. Und dann gucken wir mal, ob wir weiterziehen können, oder ob wir uns eine Folge Quest gibt hier. So, Artefakt auf Stufe 5. Das heißt, wir können hier zwei Teile wieder aufwerten. Das ist gut. So. Das heißt, wir können hier den nächsten Punkt reinsetzen. Wenn ihr von vier oder mehr der Gegner umgeben seid, gewinnt ihr ein Schild. Der 5.300 Schaden absorbiert. Das Effekt kann nur einmal alle 20 Sekunden auftreten. Okay. Wenn ein Gegner, den ihr Schaden zugefügt habt, stirbt, werdet ihr um 2.000 Gesundheit geheilt. Und eure Geschwindigkeit, das gefällt mir. Das nehmen wir mit. Und was können wir hier machen? Wenn ihr vier Gegner, das hatten wir eben schon. Und was ist das? Wenn ihr Schaden leidet, werdet ihr um 1.000 Gesundheit geheilt. Dieser Effekt kann nur einmal alle 6 Sekunden auftreten. Ich glaube, ich nehme mal das. Alle so Defensivgeschichten, ne? So. Und wo geht es weiter? Ich würde eigentlich gerne da unten weitermachen. Wobei die... Und so mal als nächstes... Ich gehe weiter da runter, so wie ich es vorhatte. Schauen wir mal, ob das so richtig ist. Ja, wir haben ja nicht mehr viele Quests hier. Wir haben, glaube ich, noch zwei Quests, die wir hier in dem Gebiet erledigen müssen. Also zwei Questreihen. oder zwei Questreihen beenden müssen wir. Und dann sind wir in dem Gebiet fertig. So. Okay. Das habe ich doch ausgeschalten. Ich habe es doch ausgeschalten. Dann weiß ich auch nicht, wo man das ausmachen konnte. So. Okay. Was erzählt man sich auf der Straße? Schönen Tag noch. Ja, weshalb sind wir jetzt hier runtergeritten? Auf jeden Fall gibt es hier einen Flugpunkt. Den würde ich mir gerne noch holen. Vorausgesetzt dieser Flugpunkt ist was für uns. Ah, hier gibt es auf jeden Fall auch eine Quest. Und den dicken Töten. Und dann verkaufen wir noch so unseren ganzen Schrott. So. Ihr seid mein liebster Kunde. So. Da unten ist auch noch eine Quest. Und die ist doch ein Flugpunkt. Moin, moin. Stimmt. Okay. Seine Verwandtschaft ist ganz schön weit verteilt. Und eine frische Brise. So. So. Immer schön auf Kurs. Okay. Mathilde soll mal befreien. Wo ist denn der Flugpunkt hier? Edelsteine. Gemischt waren. Ah, Mathilde befreien hier. So. Haben wir gemacht. Von hier drin sollen wir den umhauen, oder? So. Haben wir auch erledigt. B muss doch ein Flugpunkt sein. Was hat der hier? Gemischt waren. Besten Preise. Weiß und Brei. Können wir reparieren. Ein wahres Vergnügen, Geschäfte mit euch zu machen. Edelstein. Seid ihr auf einen Handel aus? Ah, der verkauft uns nichts. Ist mit dem Punkt hier erst frei spüren, oder was? Das ist der Flugmeister hier auf jeden Fall. Seid gegrünt. Ha. Mögen euch die Nebel beschützen. Okay, also der hat auf jeden Fall ist das hier... Ja, was wollt ihr? Auf jeden Fall ist das hier kein Flugpunkt, so wie wir den kennen. Also zumindest bis jetzt noch nicht. Spuckt es aus. Spuckt es aus. Spuckt es aus. Okay, hier kriegen wir jetzt eine Waffe, die ist definitiv besser in der Armbrust. Bleibt wie ihr seid. Das ist der Kollege, ne. Ups. Ah, hier ist der, den wir killen sollen. Warten mal, bis der kommt. Es gibt auf jeden Fall einen Briefkasten, aber, ja, irgendwie komisch. Muss ich nochmal anklicken dann. Nicht, dass der uns einfach nur normal wegfliegt, aber, schauen wir mal. Cool wäre, wenn es diese Waffe aufwerten würde, die wir hier kriegen. Ich habe das jetzt irgendwie noch kein Item, du kriegst, glaube ich, was aufgewertet würde, oder? Kann das sein? Was ist da hinten? Hä? Wo geht man die Quest ab? Da oben drin, oder was? Ja. Ja. Habe ich euch nicht schon mal irgendwo gesehen? Okay, Quest beenden. Gut, wir sind fertig. Man muss es nur sagen und man bekommt eine epische Version davon und diesmal richtig geil. Okay, 251, ich bin begeistert. Ja, das kann sich sehen lassen, das Ding. 255 statt 189, Min 170. Ist hier fast an dem Max. Ja, Beweglichkeit mehr, Ausdauer mehr. Also alles, was man gebrauchen kann, die legen wir natürlich gleich an. Und wie schaut die aus? Und die sieht noch nicht mal schlecht aus, ne? Die sieht noch nicht mal schlecht aus. So. Und jetzt gibt es hier neue Quests. Ja, das hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt hier. Und die Leute sind jetzt mittlerweile auch schon uns einen Ticken wohl gesonnen, oder wie? Nee, eigentlich nicht. Okay, auf jeden Fall gibt es hier 115 Artefaktmacht. Und jetzt haben wir auch den Flugpunkt hier freigeschalten. Also war eine gute Geschichte hier unten, diese Quests zu machen. So, Knarre können wir verkaufen, brauchen wir nicht mehr. Und die hatte doch auch hier Sachen, ne? Die verkauft uns jetzt auch was. Naja gut, nichts, was man brauchen kann. Was haben die hier? Was hat der? Nichts, nichts, nichts. Was bloß nicht nuscheln, hat er gesagt, oder? Ah, hier kann man einen Ruhestein setzen sogar. Haben wir noch einen Schankwort am Start. Ah, hat aber keine Rezepte oder sowas. Okay, cool, und so haben wir ruckzuck schon wieder eine richtige, richtige Armada an Quests wiederbekommen. Hier gibt es das Beste vom Besten aus ganz cool Tiras. Beste vom Besten, beste, die Beste vom Beste hier. So, pass auf. Exotische Lebensmittel. Ich führe bei einer gut ausgestellten Speisekammer, braucht ihr noch irgendeinem Gewürz? Okay. Lebt wohl. Meine Waren wurden mit großer Werkzeug gefärbt. Möge euch diese Tafel. Okidoki. So, und jetzt müssen wir hier irgendeinen Fisch umklöppeln, oder? Nö. Ich glaube, wir müssen erst irgendwie angeln, oder so, vielleicht. Ja, hier müssen wir. So, was macht der hier? Habt ihr was Antikes zum Tauschen? Aber es muss mindestens 200 Jahre alt sein. Okay. So, hier müssen wir doch was umhauen, oder? Ja, Jahrhundertsoße. Kann man die bei ihm kaufen? Habt ihr was Antikes zum Tauschen? Aber es muss mindestens 200 Jahre alt sein. 100 Gold. Wenn ihr etwas Exotisches findet, bringt es mir. Wenn ihr etwas Exotisches findet, bringt es mir. So, der Greifmeister ist jetzt, wie es aussieht, da oben. Oder was? Ach, hier noch. Hier geht es noch eine Etage höher. Das habe ich gar nicht gesehen. Alles klar. Berichtet mir von euren Reichen. Okay, haben wir schon ein bisschen ein paar Flugbooten. Und... Da ist der Kollege, den wir brauchen. Ah, wie gesagt. Was hay? So, der hat ein bisschen mehr Lebenspunkte der Typ, der Fisch meine ich, nicht der Typ. Aber, Jan macht das hier ohne Probleme. So, er ist tot. Lassen wir ihn gleich noch die Ware holen. Achso, wir müssen jetzt eh hier irgendwelche Kisten aufsammeln, wie es aussieht. Na dann, können wir das auf unserem Wasserschreiter machen. Manchmal geht es ja, dass man so Sachen, die so oben rum schwimmen, einfach aufheben kann. Schade. Ja, geht trotzdem ganz gut. So, fünf Kisten brauchen wir hier. Oh no. Oh no. Oh no. Vierte und hier haben wir die fünfte Kiste. So. Werden wir selber zum Fisch. Ne, wir haben nicht. Wir haben nur das Fischschwimmtierchen hier. Genau. Und hier geht es raus. Hier angelt einer, 115er Schamane. So. Und wo geben wir hier alles ab? Ja, eins auf jeden Fall hier oben. Wo wir jetzt hier der Artefakt macht und 26.000 Erfahrungspunkte. Ist okay. So, dann eine Quest ist hier hinten. Und da oben nochmal einer. Ich habe lauter tollen Tüdelkram. Allzeit gute Reise. So, ich hoffe hier in dem Beutel ist was Gescheits drin. Okay, das ist die Kohle für das Teil. Da kann man nichts sagen. So. Und das war es hier, oder? Das war es hier, wie es aussieht. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall diesen kleinen Stützpunkt hier freigeschalten. Und eine coole Waffe bekommen. Und jetzt reiten wir darüber. Das erste nehmen wir natürlich auch mit hier. So. 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 Du musst es unbedingt ausschalten. Wenn irgendeiner von euch weiß, wie man das ausschalten kann, dass das Hupen aufhört. So. Und hier ist auf jeden Fall ein Rare Mob. So. 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 was hat der schönes. Eine Stangenwaffe. Ja. Es wäre für einen. Wäre für einen Überlebensjäger natürlich super. so. Aber. Ich mag diesen Nahkampfjäger nicht so. Ich habe den mal angeguckt. Aber das ist irgendwie. Ja. Keine Ahnung. Fand ich jetzt nicht so toll. Aber die Waffe können wir vielleicht gut in den Schrottomat werfen. Mal gucken. Was der so bringen würde. So. So. Und hier sind wir jetzt auch angekommen bei den nächsten Quests. Mh. 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 wiederum ich bedanke mich ganz herzlich fürs zuschauen würde mich freuen wenn ihr in der nächsten folge wieder einschaltet und die kommt dann ja und wieder morgen und wenn morgen wochen ende ist dann kommt sie am montag und bis dahin sage ich tschüss und bei war und